Morgen, wissen Sie bestimmt, ist Halloween, der Tag, an dem die Untoten ihr hässliches Haupt erheben. Untote, wie zum Beispiel der Berliner Flughafen BER. Traumüberleitung. Morgen ist tatsächlich Eröffnung. Ist schon irre, oder? 14 Jahre Bauzeit und dann wirst du genau dann fertig, wenn wegen Corona praktisch keiner mehr fliegt. Das kommt davon, wenn man auf einem alten Indianerfriedhof baut. Was für eine unglaubliche Pechsträhne war das bitte. Gut, jetzt wird ja alles gut. Es gibt eine neue Posse um den Berliner Hauptstadtflughafen, denn insolvent noch vor der Eröffnung bekommt der BER also nicht sofort eine Millionenunterstützung. Dann ist er pleite. Dann ist er pleite. Jawollo, wie fröhlich er das sagt. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung und zur Insolvenz. Toll, wenn man das zusammenfeiern kann. Nein. Wird garantiert durch eine weitere staatliche Geldspritze verhindert. Wie immer. Natürlich. Für mich ist ja, weiß nicht wie es Ihnen geht, für mich ist ja der eigentliche BER-Skandal, dass niemand jemals Verantwortung übernommen hat für diese Naturkatastrophe von einem Flughafen. Nicht mal Klaus Wovereit, der uns immer kurz vor vergeigten Eröffnungsterminen wunderbare Zitate geschenkt hat wie... Wenn man mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird. Und dieser spitzen WoWi-Witz kostet uns alle bis heute über 6 Milliarden Euro. Ja, mehr als das Doppelte vom ursprünglich Kalkulierten. Gut, andererseits, welcher Knauser regt sich über sowas lange auf, wenn er dafür am Ende so einen perfekt durchdesignten Flughafen kriegt? Das ist ja im Grunde ein Airport wie aus dem Manufaktum-Katalog. Berlin-Brandenburg. Ein exklusiver Craft-Airport aus der Flughafenmanufaktur Wovereit und Söhne. Wir stehen für entschleunigtes Bauen nach der Slow-Building-Philosophie. Denn nur was lange wehrt, wird endlich Flug. Die einzigartige Vintage-Nussbaum-Optik des Terminals erinnert bewusst an Partykeller der frühen 70er. Und allein unsere mundgeblasene Brandschutzanlage brauchte über 5 Jahre bis zur Perfektion. Wenn Sie einen Flughafen wollen, der schnell fertig wird, bestellen Sie doch einen beim Chinesen. Bei uns in Brandenburg ist der Bau das Ziel. BER. Es gibt sie noch. Die guten Dinge. Ja, ist ja so. Manche Sachen hat man halt einfach nur, weil sie schön sind. Nicht, weil man sie noch braucht. Wegen Corona benötigt der BER neben der Finanzspritze von 300 Millionen in diesem Jahr direkt wieder 550 Millionen fürs Nächste. Ja und? Sie wollten doch unbedingt einen neuen Berliner Flughafen. Und dann kostet das halt. Für immer. Wir haben ermittelt, dass wir ohne Corona in bis 2023 einen zusätzlichen Kapitalbedarf haben von 1,5 Milliarden Euro. Mit Corona sind das 1,8. Oh Gott. 1,8 Milliarden nur für die nächsten drei Jahre. Der Willi-Brand-Flughafen ist dermaßen klamm, man überlegt schon ihn umzubenennen in Willi-völlig-abgebrannt-Flughafen. Oh Gott. Klar, so ist das halt. So ist das, wenn man Schimpansen die Bauplanung machen lässt über Jahre. Und dann kommt auch noch Corona zur Eröffnung. In Deutschland sind ja gerade die Passagierzahlen in der Luftfahrt um, also in diesem Jahr, um 70 Prozent zurückgegangen. Die Lufthansa kassiert 9 Milliarden Euro Staatshilfen wegen Corona. Trotzdem droht bis zu 30.000 Lufthansa-Mitarbeitern die Kündigung. Sogar den Piloten in Ausbildung hat man gerade nahegelegt, bitte irgendwas anderes zu machen. Einfach wegzugehen. Ist doch traurig. Und auch der offizielle Lufthansa-Flugsimulator wurde schon an die neue Situation angepasst. Da steht man eigentlich nur die ganze Zeit auf dem Rollfeld in Frankfurt und guckt zu, wie die Tauben nach und nach das Cockpit-Fenster zuscheißen. Mehr passiert eigentlich nicht. Ist wirklich ultra realistisch. Doch zurück zum BER. Der wird zwar erst morgen offiziell in Betrieb genommen, aber offensichtlich gibt es heute Abend schon eine Art Feierstunde. Wir schalten also mal live auf diesen Gurkenacker in Berlin-Schönefeld zu Birte Schneider. Birte, was passiert da gerade? Ja, Oliver, was in diesen Tagen oft vergessen wird, die Eröffnung des BER ist eben nicht nur ein Grund zum Feiern. Da bricht unbemerkt ein ganzer Wirtschaftszweig zusammen. Hier trifft sich heute die Gewerkschaft der mittelmäßigen Comedy-Autoren, um Abschied zu nehmen vom billigen BER-Witz. Wir sehen es ja gerade, er wird nun symbolisch zu Grabe getragen. Der hingehudelte Flughafen-Gag, von dem deutsche Autoren über Jahrzehnte gelebt haben. Alles vorbei. Ja, sechs Milliarden wurden versenkt, aber dafür haben wir Bürger ja auch was zurückbekommen. Und zwar pures Comedy-Gold. Am Berliner Hauptstadtflughafen müssen zwei Kilometer Wasserrohre der Sprinkleranlage ausgetauscht werden. Auch eine defekte Entrauchungsanlage zu kurze Rolltreppen. Die Gepäckausgabe am neuen Flughafen BER ist schon vor der Inbetriebnahme zu klein. Zudem klemmt es bei rund 1000 Türen im Terminal. 600 Brandschutzwände sind fehlerhaft, weil falsche Gasbetonsteine verwendet wurden. Bei den Arbeiten am Flughafen Berlin-Brandenburg haben in den vergangenen Jahren Fachleute den Brandschutz überwacht, die gar keine Fachleute waren. Das waren keine Fachleute. Oh, die Wunde ist doch noch zu frisch, ne? Ja, Leute, es gibt ja Hoffnung. Es gibt Hoffnung, Kollegen. Der BER ist natürlich nicht das letzte Großprojekt, das Deutschland spektakulär vor die Wand fährt. Darin liegt ja die eigentliche Komik, dass man aus dem Desaster original nichts gelernt hat. Nur mal drei aktuelle Beispiele unterlegt mit Dick-und-Doof-Musik. Das Humboldt-Forum in Berlin, gerade um weitere 33 Millionen teurer geworden. Jetzt bei 677. Sanierung des Deutschen Museums München. Statt 400 Millionen, jetzt 745 Millionen. Oder Stuttgart 21, ursprünglich mit 2,6 Milliarden kalkuliert. Jetzt sind wir bei 8,2 Milliarden. Für einen verbuddelten Bahnhof. Yeah! Was Sie so lustig finden. Woran liegt das denn, unsere chronische Rechenschwäche? Ja, das läuft jedes Mal gleich. Pass auf. Den Zuschlag kriegt immer die Baufirma, die am niedrigsten kalkuliert. Also lügt. Jedes Mal. Hinzu kommen kaputtgesparte, völlig überforderte Baubehörden. Tatsächlich hat die Bundesregierung schon vor Jahren eine Kommission beauftragt, ihr zu erklären, was man bei Großprojekten besser machen müsste. Empfehlung der Experten, bitte anschnallen. Mit dem Bau erst nach Erstellung eines Dokuments zu beginnen, das die Ausführungsplanung für das gesamte Projekt sowie detaillierte Angaben zu Kosten, Risiken und zum Zeitplan enthält. Wie jetzt? Erstplanen, dann bauen? Ja, ich weiß, klingt total verrückt. Deshalb wurde das auch noch nie versucht. Mit anderen Worten, Kopf hoch, Kollegen! Da kommen noch viele neue BERs auf uns zu. Ach, weißt du was? Komm, wir gönnen uns noch einen lustigen BER-Baustellen-Clip. Auf Zug außer Betrieb. Oh, sorry. Schon wieder vergessen. Es ist einfach zu emotional. Natürlich. Mein Beileid, Birte Schneider. Was denn? Ich übe meinen Arschgeigen-Solo. War doch versprochen. Ihr könnt ja in der Zeit den Kanal abonnieren. Ich übe meinen Arschgeigen-Solo. Ich übe meinen Arschgeigen-Solo.